Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin- und Ethereum-US-Dollar-Chart, denn Bitcoin und Ethereum befinden sich zurzeit an einer kritischen Entscheidungszone. Zudem besprechen wir einen interessanten On-Chain-Datenindikator von Classnode und wir besprechen die neuesten Bitcoin- und Ethereum-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart. Momentan befindet sich der Bitcoin-Preis aus Stationer sich in einer extrem spannenden Situation, denn wir befinden uns hier momentan in einer kritischen Entscheidungszone bei dieser grünen Support-Box bei ca. 47.400 Dollar. Und zwar haben wir gesehen, wir sind hier unten an der unteren grünen Box bei ca. 43.400 Dollar schön gebount und haben eine Aufwärtsbewegung gestartet. Wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung über das 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart und über das EMA-Rippen. Hier oben haben wir dann eine kleine Seitwärtsphase begonnen und in diesem Moment testen wir hier die vorherige Resistance, also diese Seitwärtsphase, hier als Support an. Und hier wird jetzt auch die Entscheidung getroffen, ob wir es schaffen, den Abwärtstrend zu brechen, höhere Tiefs und höhere Hoch zu formen oder ob wir diesen Abwärtstrend bestätigen und weiterhin tiefere Hoch zu formen. Wie genau meine ich das? Also wir haben jetzt hier diese Entscheidungszone bei 47.300 Dollar angetestet. Und wenn wir es schaffen, diese Supportzone hier, also die vorherige Resistance, jetzt bullisch als Support zu bestätigen, rechne ich damit, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung starten über das 51.000er Level, dieses dann hier nochmal antesten als Support und dann erneut bouncen. Dann hätten wir es nämlich geschafft, hier ein Tief zu formen, ein höheres Tief und wiedermals ein höheres Tief und dann gehe ich davon aus, dass wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Deswegen habe ich auch in meinem letzten Video gesagt, ich möchte sehen, dass wir über diese 51.000er Zone steigen und hier oben werde ich dann erst nochmal nachkaufen. Ihr wisst ja, meine erste Position habe ich hier nachgekauft, meine zweite Position würde ich dann hier nachkaufen. Allerdings gibt es zu diesem bullischen Szenario jetzt auch noch ein bärisches Szenario. Und dieses bärische Szenario würde eintreffen, wenn wir es nicht schaffen, diese Entscheidungszone bei 47.300 Dollar bullisch zu bestätigen. Wenn wir diese Zone bärisch aufgeben, müssen wir nämlich damit rechnen, dass wir hier nochmal eine Abwärtsfälle zu der Zäune der EMA und darunter sehen werden. Und dann hat sich hier dieser kleine Bounce, die wir gesehen haben, von 43.000 Dollar hoch als 47.000 Dollar. Diese Gegenbewegung hätte sich dann letztendlich nur als eine Abfolge von tieferen Hochs bestätigt und somit wären wir immer noch weiterhin in diesem Abwärtstrend auf einem 4-Stunden-Chart gefangen. Das bedeutet also, wir befinden uns jetzt hier wirklich in einer Entscheidungszone und hier wird sich jetzt herausstellen, ob wir es schaffen, diesen Abwärtstrend zu brechen, indem wir eben hier nach oben bouncen, über das 51.000er Level, dieses auch als Support antesten, dann hier eine schöne Aufwärtswelle sehen oder ob wir eben diesen Support bärisch auflösen, ja, dass wir hier an dem Widerstand scheitern, eine neue Abwärtswelle sehen zu dem 200er EMA und dann auch hier runterfallen, dann hätten wir eben weiterhin eine Abfolge von tieferen Hochs und müssen dann wirklich damit rechnen, dass wir zurückfallen auf das 41.000er Level. Das heißt also, wir müssen jetzt hier diese grüne Box ganz genau beobachten und darauf achten, ob sich das bullische oder das bärische Szenario hier ereignen wird. Wenn wir dann nochmal kurz auf den Tagesschart wechseln, sehen wir hier auch, wir haben dieses letzte Tief bei 44.500 Dollar, hat hier als Support gehalten, wir sind schön gebounced über das EMA-Rippen und testen hier auch das EMA-Rippen momentan als Support an. Was jetzt noch interessant ist, wenn wir hier nochmal die EMA-Linien aktivieren, sehen wir, wir haben es wieder geschafft über die 21.000er EMA und testen die hier momentan als Support an. Das ist also schon mal extrem bullisch und ein erster bullischer Schritt. Wenn wir jetzt noch das Fibonacci Retracement Level dazu holen, wird es noch interessanter. Wir sehen nämlich, wir haben es geschafft, hier von dem 0,5er Fibonacci Level hochzubouncen über die 21.000er EMA und auch testen in diesem Moment noch das 0,382er Fibonacci Level hier ganz genauer Support an. Das heißt also, wir haben hier eine doppelte Supportzone, das 0,382er Fibonacci Level und die 21.000er EMA. Und wenn wir es jetzt schaffen, diese beiden Supportindikatoren zu bestätigen, dann müssen wir hier eine weitere Aufwärtsbewegung sehen. Und dann ist hier das letzte Hindernis, das 0,236er Fibonacci Level. Das liegt nämlich hier auch genau bei 51.000 Dollar, was ja meine Zone war auf dem 4-Stunden-Start, die ich sehen möchte, dass wir diese preschen, um komplett bullisch zu werden und die Bestätigung zu haben, dass wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Wenn wir es dann also schaffen, die 21.000er EMA und das 0,382er Fibonacci Level als Support zu bestätigen, einen schönen Aufwärtsbewegung nochmal sehen, über das 0,236er Fibonacci Level bei 51.000 Dollar, werde ich also hier nochmal nachkaufen und dann gehe ich davon aus, dass wir diesen Abwärtstrend komplett gebrochen haben. Sollten wir allerdings den Support hier bei 48.000 Dollar, also das 21.000 EMA und den 0,382er Fibonacci Level nicht bestätigen können, dann müssen wir wirklich damit rechnen, dass wir hier nochmal eine Abwärtswelle zu dem 0,5er Fibonacci Level sehen, bei 43.800 Dollar, hier ist nämlich auch die 50er EMA und wenn das dann auch nicht hält, kann es wirklich gut sein, dass wir hier nochmal zurückgehen auf 40.000 Dollar, das heißt auf das letzte All-Time High und das 0,6er Fibonacci Level. Also wir sehen auch hier auf dem Tagesschart, befinden wir uns momentan in einer extrem kritischen Entscheidungszone und wenn wir das nochmal zusammenfassen auf einem 4-Stunden-Chart, heißt es jetzt, also ihr wisst ja, ich habe meine erste Position hier gekauft bei 45.800 Dollar, hier habe ich meine Hotel-Position nachgekauft und eine Long-Position eröffnet und momentan befinden wir uns hier wirklich so im Niemandsland. Wir sind hier einerseits über starken Support, andererseits haben wir auch hier über uns noch starke Resistance, das heißt also, hier in diesem Moment würde ich weder Long noch Short, Short sowieso nicht, also keine Long-Position eröffnen und auch nicht nachkaufen. Ich würde wirklich warten, bis wir hier eine klare Entscheidung getroffen haben und die müssen wir jetzt auch sehen. Wir müssen klar sehen, will der Bitcoin jetzt hier wirklich einen neuen Aufwärtstrend starten, da muss er hier nach oben ausbrechen, über die 51.000er Level, über das 0,38er Fibonacci Level und hier dann in dieser grünen Box diese vorherige Resistance als Support bestätigen. Wenn er das nicht schafft und wir hier wirklich die 1,21er EMA von dem Tagesschart und das Fibonacci Level aufgeben, müssen wir hier damit rechnen, dass wir eine neue Abwärtsbewegung Richtung 40.000 Dollar sehen. Deswegen befinden wir uns also hier jetzt in einer kritischen Entscheidungszone und bis hier keine Entscheidung getroffen wurde, werde ich weder verkaufen noch nachkaufen, da werde ich abwarten. Wenn wir hier nach oben gehen, kaufe ich nach für meine Long-Position und wenn wir hier runterfallen, kaufe ich nach bei 40.000 Dollar für meine HODL-Position und das heißt also, ich warte hier auf die Entscheidung. Und bei Ethereum, jetzt befinden wir uns auf dem Ethereum 4 Stunden Start, da sind wir in einer ähnlichen Situation. Wir hatten hier auch diesen Bounce von ca. 1300 Dollar hoch auf 1500, fast 1600 Dollar. Das waren hier gute 23 Prozent und haben dann jetzt hier einen ersten Abverkauf wieder gesehen. Das hat uns hier genau auf die obere grüne Box gefunden. Das heißt also, hier diese vorherige Resistance testen wir momentan als Support an. Deswegen befinden wir uns hier auch momentan in einer kritischen Entscheidungszone. Denn wenn es uns gelingt, hier diese vorherige Resistance jetzt als Support zu bestätigen und wir es schaffen, dann hier eine schöne neue Aufwärtsbewegung zu sehen, dann hätten wir hier dasselbe Szenario wie bei Bitcoin. Dann hätten wir hier ein Tief, ein höheres Tief und wiedermals ein höheres Tief. Und ihr wisst ja, hier das ist die kritische Zone. Wenn wir es schaffen, über 1700 Dollar zu steigen und diese vorherige Tief hier als Resistance war, als Support zu bestätigen, dann gehe ich davon aus, dass wir hier diesen Abwärtstrend gebrochen haben. Allerdings, wenn wir es nicht schaffen, auch wie bei Bitcoin, jetzt hier einen schönen Bounce zu sehen, über das 1700er Level und wir diese grüne Supportbox als Resistance auflösen, also bärisch auflösen, dann müssen wir wirklich damit rechnen, dass wir hier nochmal eine Abwärtsbewegung sehen, Richtung 1300, vielleicht sogar bis 1200 Dollar. Denn dann hat sich hier auch bestätigt, dass wir hier wieder nur eine Reihe von tieferen Hochs haben und dann hätte hier dieser Bounce, diese Gegenbewegung auch wieder nur zu einem tieferen Hoch geführt. Das heißt also, hier diese Zone ist jetzt extrem wichtig, das ist auch eine Entscheidungszone wie bei Bitcoin. Entweder bouncen wir hier, haben eine schöne Aufwärtsbewegung, dann ist der Abwärtstrend gebrochen, können wir hier nicht bouncen und den Support nicht bestätigen, gibt es hier eine Abwärtswelle, dann müssen wir wirklich mit 1300 und 1200 Dollar nochmal rechnen. Und das sehen wir hier auch ganz genau auf dem Tagesschart, wenn ich hier einmal kurz nochmal den Chart für euch aufräume. Hier sehen wir nämlich auch, wir sind hier zwischen starken Support und starker Resistance gefangen. Wenn ich hier einmal wieder die einzelnen EMAs aktiviere, seht ihr genau, wir haben unter uns die 50er Moving Average als Support und ganz genau über uns die 21er Moving Average als Resistance. Das heißt also, wir haben hier ein Gegenspiel zwischen Resistance und Support und hier muss ich eben in dieser Entscheidungszone jetzt rausstellen, ist der Support stärker, wollen wir den Abwärtstrend brechen oder ist eben die Resistance stärker und dann werden wir den Abwärtstrend nach unten weiter fortsetzen. Das wird auch noch deutlicher, wenn wir hier das Fibonacci Level nochmal aktivieren. Da sehen wir in dem Ski auch ganz genau, wir haben noch zusätzlich unter uns das 0,5er Fibonacci Level und über uns ganz genau das 0,38er Fibonacci Level als Resistance. Das heißt also, wir haben eine doppelte Supportzone, das 0,5er Fibonacci Level und die 50er EMA und wir haben eine doppelte Resistancezone, das 0,38er Fibonacci Level und die 21er EMA. Deswegen sind wir hier wirklich in einer kritischen Entscheidungszone und eins dieser beiden Szenarien wird sich eben jetzt ausspielen und das wird dann darüber entscheiden, wie es weitergeht. Entweder das Bulli-Szenario, wir bestätigen den doppelten Support, haben hier eine schöne Aufwärtsbewegung, dann ist der Abwärtstrend gebrochen. Können wir das nicht bestätigen, müssen wir hier wirklich nochmal mit einer starken Abwärtsbewegung rechnen, Richtung 12 bis 1300 Dollar, da wir damit dieser Gegenbewegung hier nur ein tieferes Hoch geformt hätten und damit hätten wir hier diesen Abwärtstrend bestärkt. Und hier bleibt es auch bei genau dem, was ich in dem letzten Video gesagt habe. Ich habe hier nachgekauft für mein HOTL-Portfolio und wenn wir es schaffen, über diese Zone von 1700 Dollar zu steigen, also hier oben, würde ich hier nochmal nachkaufen und noch eine weitere Long-Position eröffnen. Wenn wir hier nach unten fallen, dann werde ich auch nochmal nachkaufen, nur jetzt, wo wir hier sind, werde ich nichts machen, weil wir hier keine klare Entscheidung haben. Das heißt also, ich möchte eine klare Entscheidung sehen. Entweder ist der Abwärtstrend gebrochen, dann positioniere ich mich für einen neuen Aufwärtstrend mit einer Long-Position, wird dieser Abwärtstrend fortgeführt und bestätigt durch ein tieferes Hoch, dann möchte ich auf Levels zwischen 12 bis 1300 Dollar warten, wo ich dann eben nochmal günstig nachkaufen werde für mein HOTL-Portfolio. Und solange diese Entscheidung weder bei Bitcoin noch bei Ethereum getroffen wird, werde ich hier in dieser Phase momentan gar nichts tun. Ich werde nur den Chart beobachten, spielt sich das bärische oder das bullische Szenario aus und je nachdem werde ich dann für mein HOTL-Portfolio nachkaufen oder Long-Positionen weiter eröffnen. Das ist also genau das, was ich mache. Das ist genau die Marken, auf die ich jetzt achte. Und jetzt schauen wir uns noch die Bitcoin News und den On-Chain-Datenindikator an. Wann immer wir eine Preiskorrektur im Bitcoin sehen, ist es immer sehr interessant, welchen Einfluss diese Preiskorrektur auf die einzelnen Bitcoin-Investor-Gruppen hat. Und hier bei Classnode haben wir einen sehr interessanten Bitcoin-Indikator, der uns darüber Informationen liefert. Und zwar haben wir das Adjust-Spend-Outputs-Profit-Ratio, kurz ASOPR. Das hört sich erstmal kompliziert an, aber man könnte das einfach als die bereinigte Gewinnquote verkaufter Bitcoins betrachten. Hierzu haben wir auch einen Chart und den erkläre ich jetzt einmal. Wir haben hier diese orangene Linie, das ist einfach nur die bereinigte Gewinnquote verkaufter Bitcoins. Wir haben hier diese graue Linie, das ist einfach nur der Bitcoin-Chart, also der Bitcoin-Preis. Und dann haben wir hier diese schwarze Linie bei dem 1er-Level. Und jetzt sehen wir in diesem Augenblick, wo jetzt hier dieser Bitcoin-Preis von ca. 58.000 Dollar runtergefallen ist auf 43.000 Dollar, sind wir hier mit der Gewinnquote verkaufter Bitcoins unter dieses 1er-Level in diese rote Zone gefallen. Das ist das letzte Mal passiert, als wir hier einen Pullback unter das 10.000er-Level hatten vor über einem Jahr. Und das gibt uns jetzt Auskunft darüber, welche Investorengruppen bei diesem Preisrückgang von 58.000 Dollar auf 42.000 bzw. 43.000 Dollar Bitcoin verkauft haben. Denn wir sehen hier, dass die Bitcoin, die verkauft wurden, im Verlust verkauft wurden. Das heißt also, diejenigen, die jetzt bei 43.000 Dollar Bitcoin verkauft haben, haben ihre Bitcoin mit einem Verlust verkauft. Das gibt uns einen Ausschluss darüber, wer seine Bitcoin verkauft hat. Das heißt, das können nur Investoren sein, die über 43.000 Dollar eingestiegen sind. Und das können nur sehr, sehr frische Investoren, sage ich mal, sein, die erst neulich dem Markt beigetreten sind. Und das ist ja auch ganz logisch. Wir können zum Beispiel lesen, das wissen wir auch, dass über Coinbase, Kraken, Binance, wie die ganzen Exchanges heißen, sich täglich mehrere tausend neue Investoren anmelden. Und diese haben dann wahrscheinlich zu Preisen von 50.000, 55.000 und 58.000 Dollar Bitcoin gekauft. Und jetzt bei der Korrektur von 58.000 Dollar runter auf 43.000 Dollar, haben diese sich erschrocken und haben ihre Bitcoin im Verlust verkauft. Und das zeigt uns der Indikator. Deswegen ist hier diese orangene Linie unter das 1er-Level gefallen. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal bärisch an, aber im Endeffekt ist das extrem bullisch. Denn im Umkehrschluss heißt das, dass langfristig Investoren, die ihre Bitcoin schon seit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahre, vier Jahre oder länger sogar ihre Bitcoin noch halten, denn diese haben ja ihre Bitcoin weit unter 42.000 Dollar gekauft. Und hätten diese jetzt bei dem jetzigen Preisrückgang ihre Bitcoin verkauft, hätten die ja nicht in einem Verlust verkauft, sondern in einem sehr starken Profit. Wer beispielsweise vor einem Jahr Bitcoin gekauft hat, hat die circa im März bei 4.000 bis 5.000 Dollar gekauft und der hat ja jetzt schon bis 58.000 Dollar 12x gemacht. Das heißt, hätte der sie bei 43.000 Dollar verkauft, hätte er immer noch knapp 10x gehabt und hätte mit einem sehr, sehr starken Profit, ja mit 1.000 betrennt, Profit verkauft. Und dann wären wir hier nicht unter dieses schwarze Level gefallen, denn das zeigt uns ja an, dass jemand im Verlust verkauft hat. Das heißt also, wir sehen, mit dieser Korrektur haben junge Investoren, die erst ganz frisch in den Markt eingestiegen sind und über 43.000 Dollar eingekauft haben, haben hier mit Verlust verkauft. Und das heißt also, die jetzige Preiskorrektur hat nur Weekends aus dem Markt gespürt und die langfristigen Investoren, die Hotler, die schon seit ein, zwei, drei Jahren ihre Bitcoin halten und bei deutlich unter 10.000 Dollar eingekauft haben, diese sind im Markt geblieben und das zeigt uns also, wir haben extrem starke, überzeugte Investoren, die sehr stark im Profit sind und sich von diesen kleinen Korrekturen nicht erschrecken lassen. In der Umkehr zeigt uns das, wir haben auch sehr viele Investoren, die auf den Hype aufgesprungen sind und die sich von diesen Korrekturen erschrecken lassen und dann sogar schlagartig im Verlust verkaufen. Und dieser Indikator bestätigt ganz genau die Marktpsychologie, die schon vor zwei und knapp drei Monaten sehr oft erklärt habe und dieses Schaubild zeige ich euch jetzt wieder. Ich habe euch hier ganz am Anfang dieses Schaubild schon gezeigt, vor circa zwei Monaten habe ich hier die Marktpsychologie erklärt und habe euch gesagt, dass ihr das verstehen müsst, wenn ihr profitabel investieren wollt. Und wir sehen diesen Ablauf hier immer und immer wieder. Wir haben gesehen, einen starken Anstieg von 20.000 Dollar hoch auf 48.000 Dollar. Daraufhin hatten wir hier die Korrektur auf 28.000 Dollar und hier ist schon genau dasselbe passiert. Hier waren Leute stark im Profit, die haben ihre Profite teilweise über Derivate realisiert und wir hatten einen Preisrückgang. Teilweise haben wir auch Miner verkauft. Da sind wir von 48.000 Dollar runtergegangen auf 28.000 Dollar und gleichzeitig hatten wir aber ganz viele Recants, die sind hier bei dem maximalen Hype eingestiegen bei 48.000 Dollar, haben dann einen Schreck bekommen und der Preis runtergegangen ist auf 28.000 Dollar und haben hier schlagartig ihre Bitcoin verkauft und die Rates, das Smart Money hat sich gefreut, nämlich die haben hier unten sich wieder schön bei 28.000 Dollar eingedeckt. Dann hatten wir das selbe, wir sind von 28.000 Dollar hoch auf 58.000 Dollar und hier haben jetzt Miner nochmal verkauft. Investoren, die schon profitabel waren und lange im Markt waren, haben ein paar Profite realisiert und dann sind wir wieder runter von 58.000 Dollar auf 42.000 Dollar und die ganzen Recants, das Stump Money, wie man sagt, hat hier oben erst über 50.000 eingekauft, hat einen Schreck bekommen und wir runtergegangen sind auf 42.000 Dollar, hat hier unten im Minus sogar mit Verlust verkauft und jetzt kommt das Smart Money und kauft hier unten wieder alles schön auf und genauso wird es auch weitergehen. Wir steigen wieder von 42.000 Dollar hoch auf 70.000 Dollar. Hier oben, wenn wir bei 70.000 Dollar sind, kommen dann wieder die ganzen Weekends, die ganzen Dump Money Investoren, die decken sich bei 70.000 ein, dann fallen wir vielleicht nochmal runter auf 50.000, hier unten verkaufen sie dann wieder im Verlust, das Smart Money deckt sich ein und dann geht es wieder hoch und das ist eben der Grund, warum die Reichen immer reicher werden und die, die schon eh wenig haben, meistens noch weniger haben und sogar bei so einem extrem profitablen Investment wie Bitcoin sogar Verluste machen und noch ärmer werden und diese Marktpsychologie habe ich euch schon so oft erklärt und gesagt, dass sie wirklich extrem wichtig ist und dass man die unbedingt verstehen muss, wenn man erfolgreich investieren möchte und jetzt haben wir hier eben einen Indikator gefunden, der ganz genau diese Marktpsychologie nochmal untermauert und uns auch wirklich zeigt, es ist hier wirklich nur das Dump Money, die ReCans, die blind bei über 42.000 Dollar eingestiegen sind, die jetzt hier wirklich im Verlust verkaufen, das muss man sich schon wirklich überlegen, wir haben Bitcoin, der ist 1500% in einem Jahr angestiegen und es gibt wirklich Leute, die bei so einem Projekt jetzt Verluste machen und das ist einfach extrem schade zu sehen und deswegen habe ich auch schon vor ein und zwei Monaten wirklich diesen Chart hier gezeigt, weil ich einfach hoffe, dass ich dadurch Leute erreiche und die davor bewahren kann, dass sie wirklich Bitcoin im Verlust verkaufen und klar gibt es jetzt auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass dieser Preisrückgang, dieser schlagartige Preisrückgang von 58.000 Dollar runter auf 43.000 Dollar, dass das manipuliert ist und eben genau zu diesem Effekt führen soll, dass die ganzen Weekends aus dem Markt gespült werden und das Smart Money schön günstig nachkaufen kann. Ich kann das ja verstehen, wenn jemand nur in den Markt gegangen ist und sieht dann auf einmal einen 30% Dump und der ist das nicht gewohnt, du warst vielleicht vorhin in Aktien, da ist dann 10% Dump schon viel, wenn dann auf einmal 30% der Markt runtergeht, dass man da Panik bekommt und denkt, ach verdammt, hätte ich doch nur auf die Mainstream-Medien gehört, die haben ja alle gesagt, Bitcoin ist Müll, jetzt habe ich hier 30% Verlust innerhalb von einer Woche, Bitcoin ist Abzocke und dass sie dann Panikkon verkaufen, kann man ja sogar teilweise verstehen und wo eben diese Gerüchte oder auch generell diese Thesen herkommen, dass diese Preiskorrekturen manipuliert sind, diese 30% Korrekturen, diese schlagartigen Korrekturen, um eben genau die ganzen Weekends aus dem Markt zu spülen, damit der Smart Money sich günstig einkaufen kann, die werden eben laut, wenn man sich solche Grafiken anschaut, wie hier auf CryptoQuant, wo wir den F2-Pool sehen, wir haben hier gesehen, der F2-Pool hat hier zum Beispiel am 25. Februar auf einen Schlag 14.000 Bitcoin verkauft und hat hier in den letzten Tagen nochmal 8.000 Bitcoin verkauft, am 27. Februar nochmal 4.000 Bitcoin und hier am 1. März nochmal 7.000 Bitcoin, das heißt, die haben hier schon deutlich über 30.000 Bitcoin allein in den letzten Tagen seit Ende Februar verkauft und was dann noch interessanter wird, wenn man sich das mal auf dem Stundenchart anschaut, sieht man ganz genau, wenn ich hier noch ein bisschen näher heranzoome, einen Moment, sieht man ganz genau, wann immer wir hier oben ist der Bitcoin-Preis, wann immer wir auf 50.000 Dollar steigen, sehen wir hier auf dem Stundenchart, dass schlagartig tausende Bitcoins ganz genau verkauft werden, wann immer wir hier dem 50.000 Dollar nahe kommen, das seht ihr auch ganz genau hier, wir hatten diesen schönen Bounce bei Bitcoin Richtung 50.000 Dollar und wo wir dann hier bei 49.000 Dollar waren, auf einmal kommt hier ein riesen Spike, wo wieder tausende Bitcoins auf einen Schlag verkauft werden. Wenn man das hier auf dem Stundenchart betrachtet, könnte man schon den Eindruck gewinnen, dass hier gezielt Bitcoins verkauft werden, um den Preis künstlich unter den 50.000 Dollar zu halten. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie, das kann man nicht beweisen, man kann es natürlich auch umgekehrt sehen und sagen, hier hat der F2-Pool sehr lange gemeint, ohne Profite realisiert, zu realisieren und jetzt ist es selbstverständlich gerechtfertigt, dass sie Bitcoin verkaufen, da die auch eben ihre Kosten für Mining-Hardware, für Strom, für Angestellte und auch für Miete bezahlen müssen. Das kann man sehen, wie man möchte, manche sehen das hier klar als Manipulation, andere sehen es als legitim, dass eben nach jahrelangen Mining der F2-Pool hier auch wirklich mal Profite realisieren möchte. Das kann man hier sehen, wie man will, man kann, ich finde beide Seiten legitim, also es ist schon auffällig, dass hier immer unter den 50.000 auf dem Stundenstart hier schlagartig tausende Bitcoin gedumpt werden, aber andererseits kann man es auch verstehen, die haben hier ewig lang keine Profite realisiert und jetzt möchten sie einfach bei den hohen Levels ein paar Bitcoin eben realisieren, Gewinne holen und vielleicht auch ein paar Rückschlagen schaffen für die nächsten Monate. Also beide Ansichten kann ich ja nachvollziehen, aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass wir hier höchstwahrscheinlich den Grund sehen, warum der Bitcoin-Preis korrigiert und dass wir uns eben davon nicht beirren lassen und panisch werden und dann eben unsere Bitcoin im Verlust verkaufen. Und was eben auch immer ganz wichtig ist, jetzt haben wir gesehen, was das Stump Money macht, aber wir möchten uns ja an dem Smart Money orientieren und das heißt ja, wenn wir hier unsere These bestätigen wollen, dass also das Smart Money günstig nachkauft, nachdem das Dump Money verkauft hat, weil das ist ja schon nachgewiesen, das Dump Money haben wir jetzt eben gesehen mit dem Medikator, das hat hier im Verlust verkauft, also die These ist schon mal bestätigt, jetzt müssen wir noch die These bestätigen, dass das Smart Money günstig nachkauft, wenn das Dump Money ungünstig verkauft und das können wir auch belegen, denn wie wir hier gesehen haben, haben wir ja schon große Investoren gesehen, die in Bitcoin investiert haben und hier gibt es zum Beispiel jetzt neue News, Paypal, die ja schon ihren Bitcoin Service in den USA eröffnet haben, die jetzt auch noch in dem United Kingdom in den UK ihren Bitcoin Service anbieten möchten, haben jetzt hier sogar nochmal an Infrastruktur nachinvestiert und zwar haben sie jetzt hier die Firma Curve aufgekauft für 500 Millionen, das ist eine Custody Firma, also das heißt, die ist eine Technologiefirma, die sich quasi um die sichere Verwahrung von Bitcoin kümmert, die wurde hier von Paypal für 500 Millionen aufgekauft und es gab sogar Gerüchte, dass du vor Bitcoin, dass du vor Paypal BitGo für 750 Millionen aufkaufen wollte, das ist hier auch eine Firma, die sich um die sichere Verwahrung von Bitcoins kümmert, aber hier sind wir jetzt auf jeden Fall, das ist bestätigt, Paypal hat die Firma gekauft für 500 Millionen, welche sich um die sichere Verwahrung von Bitcoins kümmert und was wir auch gesehen haben, bei diesem Rückgang von 58.000 Dollar auf 42.000 Dollar hat Square für 170 Millionen nachgekauft, wir haben gesehen, Michael Seller hat für einem Jahr danach gekauft bei 50.000 Dollar, wir haben auch gesehen, dass über Grayscale zu den jetzigen Preisen hier die Grayscale Trust hier sich auf einem All-Time-High befindet, das heißt, sie verwalten hier momentan 655.000 Bitcoin und die haben auch so den jetzigen Ethereum-Preise nachgekauft und sogar Ethereum stärker nachgekauft als Bitcoin und verwalten hier momentan ein All-Time-High, ein 3,17 Millionen und was auch noch sehr interessant ist, wir sehen momentan, dass für den Sommer hier Optionsscheine gekauft wurden, wo Institutionen auf einen steigenden Bitcoin-Preis wetten, der sich zwischen 75.000 bis 100.000 Dollar befindet, also das heißt, mit Optionsscheinen kann man ja quasi auf einen Preis, in dem Fall auf den Bitcoin-Preis zu einem bestimmten Zeitraum wetten und hier wetten eben Institutionen, dass im Sommer der Bitcoin bei 75.000 Dollar steht, das heißt also, wir sehen, große Institutionen investieren in Bitcoin-Infrastruktur und kaufen auch physische Bitcoin nach und Institutionen wetten hier sogar mit Optionsscheinen auf einen steigenden Bitcoin-Preis im Sommer und damit ist hier wirklich unsere These bestätigt, wir sehen also, dass Dump Money verkauft panisch im Verlust und das Smart Money kauft günstig die Bitcoins, die quasi das Dump Money auf den Markt wirft nach, erhöhen somit ihren Bitcoin-Bestand und das kann jetzt nur die logische Folge haben, dass eben das Smart Money davon ausgeht, dass wir noch deutlich höhere Preise sehen werden und genau das denke ich auch, ich denke, dass wir nach dieser Korrektur Richtung 70.000 Dollar im Sommer anstrengen werden, das muss nicht unbedingt schon im März sein, der März ist historisch betrachtet ein sehr schwacher Bitcoin-Monat gewesen, aber der April und Juli danach waren meistens sehr stark und ich stelle auch, dass wir in den Sommermonaten auch einen Bitcoin-Preis von mindestens 70.000 Dollar sehen werden, das heißt also, ich hoffe, dass du jetzt nicht panisch bei diesem Preisrückgang verkauft hast und falls du panisch verkauft hast, dann ist das auch ein Thema, was ich hier schon in meinem letzten Video angesprochen habe, ich möchte immer das Big Picture darstellen und hier bin ich auch darauf eingegangen, dass eben Hoddeln deutlich schwerer ist, als man es manchmal denkt, man stellt sich das so jetzt leichten Weg vor, ich verkaufe jetzt meine Bitcoin, halte die zwei Monate, dann bin ich reich, verkaufe die und alles ist gut und der Weg ist eben deutlich länger mit deutlich mehr Hindernissen und deswegen versuche ich euch immer das Big Picture zu zeigen, um euch eben vor solchen Fehlern zu bewahren. Letztendlich muss man aber natürlich sagen, alles was ich hier sage, ist nur meine Meinung. Ich versuche euch so viel Daten wie möglich zu liefern und euch meine Meinung zu der Sache zu sagen, aber letztendlich, was ihr daraus macht, ob ihr kauft, ob ihr verkauft, ob ihr in der Seitenlinie wartet, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich bin kein Finanzberater und ganz wichtig, ich kann keine Entscheidung für euch treffen. Ich kann euch nur sagen, was ich mache und euch verschiedene Daten liefern, dass ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Aber die Entscheidung für euch mit eurem Geld müsst ihr letztendlich selbst treffen. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.